Ich bin ne Ranked Duo Mode Game. Uh, da könnten wir ne Duo Runde heute oder morgen machen, das ist gut zu wissen. Dann könnten wir vielleicht ne Duo Runde noch machen. Ja, heute Mittag war ich ein bisschen tilted, nachdem die Runden so scheiße liefen, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigt. Und außerdem wollte ich meinen Kuchen natürlich noch abholen. Meinen neuen Teppichträger. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Teppichträger! Ah, die Qualle! Chillifisch! Auf was gehen wir denn? Hallo Theodor, guten Abend, guten Abend. Freut mich, dass die hier sind. Warte, wer macht das so ne Enchie überhaupt? Ich glaub Enchie hat es immer easy gemacht, oder? Ja, Enchie hat es immer easy gemacht. Ich hätte es mal von Orakel enttäuscht, bevor Orakel verkackt hat. Welche Lashies gibt's? Bin ich hinterher oder hätte trotzdem immer offen gehabt? Also Chairo, Techies Gaps. Oder Theodor, theoretisch. Dr. Klinker! Oh, es gibt mich, es gibt nen Enigma. Hm. Assassin's, aber Assassin's spiele ich halt immer ungern. Ah, mal gucken was kommt. Mal gucken was kommt. Ist Force okay? Nö, wenn du mich forcen willst, kannst du mich gerne forcen. Kein Stress. Du kannst mich gerne forcen, ich hab zumindest schon mal den Sniper dafür. Ich hab zumindest den Sniper schon mal am Start. Dann auf geht's. Also Max. Hehehehe. Dann brauch ich jetzt nur noch nen Brew. Dann kann man schon hart drauf gehen auf Early Techies Chairo Drop oder sowas. Ich hoffe es geht nicht, ich weiß nicht, ob das Team übrigens gewinnen darf. Ich hoffe es geht nicht zu viel auf dem Max. Eigentlich ist Sniper gut, oder? Als ob Sniper nach vorne gelaufen ist, ist Sniper das Hauptziel. Sniper der Eiermann? Ja man. Ja man. Tja man das Pärchen einfach. Hallo Manuel, guten Abend. So was ich sehe. Meine Quiver und Bow sind bereit. Gute Abend, guten Abend. Was kann man hier eigentlich tauschen Neues? Was wurde geforced? Er Max, also, Not Theodor hat nichts reingeschrieben, aber wenn Not Theodor Forst ist, ist es automatisch Max. Er muss gar nichts dazu schreiben. Er muss dafür gar nichts schreiben. Ja, jetzt passt Schwule mitkommen. Einmal das zuhause ist kein Fehler und dann kann man auch direkt die Tranquilos bauen. Verlacht der Manuel auch nur. Ich meine im Zweifel könnten wir es auch mal so probieren, dass wir einfach versuchen, wenn wir mal starkes Team stellen und Level gehen und dann halt mit dem Level nachher auf den Techies und Dings gehen. Dann ist es möglich mit den Wizard stellen. So wäre es ja auch eine Option. Aber natürlich wäre es mal ganz nice mit dem Brewmaster zu sehen nach der Zeitung. Nehmen wir mal noch die Fusion, weil Erasion ist auch nicht schlecht auf dem Tank dann später. Okay, wir haben jetzt hier den... Ah, die Glocke habe ich mich auch mitnehmen. Nehmen wir mal hier ihn mal. Nehmen wir mal das Level. Geben einfach mal alles jetzt. Wobei, das Attackzeug gebe ich dem Sniper in der Backline. Und sie hat zwar nur zwei Rüstungen, aber sie ist trotzdem Level 2. Also bekommt sie das Tank Zeugs. Ich muss den Tag noch gerne mitnehmen, aber den kann ich mir vielleicht nicht leisten. Ich forse nur, wenn es alle Mechs gibt. Hallo Malakai. Guten Abend. Und... Mr. Dave? Ich will nicht mehr... Alter, der hat fast das gleiche Stimmen wie ich. Fuck. Der hat einen besseren Level 2er. Oh, aber es wurde mit dem 2er gezwitscht. Das war ja optimal. Da war die... Da war die Jude mal richtig wertvoll grad. Ich war das erste Mal, dass ich sagen konnte, ich bin da richtig viel. Die Jude. Sonst war die gefühlt immer recht useless. Hallo Malakai. Guten Tag. Freut mich, dass die hier sind. Mrs. Sun. Leute, ich muss einfach gute Laune jetzt haben. Ich weiß nicht. Ich hatte so schlechte Laune am Mittag, wo die Runden so scheiße liefen. Und ich wollte heute wirklich den ganzen Tag nicht mehr zocken. Aber ich habe auf einmal... Servus, Servus, Kevin übrigens. Ich habe einfach wieder Bock bekommen. Ich habe einfach wieder Bock bekommen. Ich weiß auch nicht, wie das Aurochess macht. Aber manchmal bekomme ich einfach zu der Lust, obwohl ich keinen Bock mehr hatte. Ich wollte nicht wieder dieses Spielspiel. Nein, Spaß. Ja, die Bounces können wir eigentlich liegen lassen. Schade, dass wir noch kein Brew haben. Ich würde schon gerne drauf... Ja, wobei... Vielleicht spielen wir es ohne... Vielleicht spielen wir die Max aber versuchen es ohne Brewmaster zu machen. Die Sucht kickt rein. Ist halt echt so. Ohne Witz. Ist halt echt so. Ich brauche noch 20k Punkte. Ja, läuft bei dir. Ich bekomme es schon irgendwann voll. So, jetzt müsste ich eigentlich jetzt wieder der gleiche geswitcht werden. Also safe geswitcht gleich. Early ist die echt nicht schlecht, wenn die auf Level 2... Ich würde schon ganz einen anderen Level 2 auf dem Gegner rausnehmen. Da ist die echt... Ich muss mich einfach wiederholen. Da macht die echt Sinn am Anfang. Mh, 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 mh. Der wäre übrigens HP für das ganze Team wiederum. Der Ball. Wir können natürlich ihn statt ihr stellen. Das sind 200... 800 HP plus... Ja, vom HP-Wert ist besser, wenn wir ihn reinpacken. Aber sie macht mehr Schaden und macht die Ult nochmal, die sicherlich besser ist. Man hat die... Hat die Items noch drin? Ne, wir lassen es einfach so eine Runde. Wir hoffen, dass wir mit dem Team nochmal eine Runde uns... Einverleiben können. Wir werden eigentlich nur noch 10k ab, dann hast du es verhauen. Tut mir leid, wenn ich es geschafft hätte, werden es sogar noch weniger als 10k. Gehe ich mal von aus. Okay, den besiegen wir zum Glück. Hä, lol, der hat schon reingelöffelt? Dann müssen wir trotzdem besiegen, oder? Beides kann schon close werden. Gut ist das Draw noch lebt. Die pusht beide hoch. Und das pusht sogar sie hoch. Oh stimmt, die profitiert ja von der Draw... ähm... Ranger auch noch. Das ist natürlich eine nice Sache. Tja, ähm, Lord Hildo, ich glaube, ihr habt es für den Late, ähm, auf Max versuchten zu gehen. Mit Wizards vielleicht, oder so auf Golden Rolls dann. Wenn wir Techies und Chairo haben. Weil ich habe noch keinen Boom Master gesehen bisher auch. Und selbst wenn ich einen sehen würde... Weiß ich gerade nicht, ob das Sinn macht, den zu kaufen, ne? Komm, wir safen immer ein bisschen nach vorne noch. Ja, wobei, wir könnten auch theoretisch ihnen die Backline reinpacken. Dann machen wir mal so die Aufstellung, falls Assassins kommen. Dass die ein bisschen was überleben können. Hier vier Gold zum Löschen. Die Frage ist, nehmen wir jetzt dann die noch mit? Vorhersage... Also wenn Mille nicht da ist, sehe ich mich nicht dabei, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Dann müsste ich ja selber irgendwie... Weiß ich's nicht... Arbeiten und irgendwelche Sachen einstellen. Ich weiß gleich, wie das geht. Ohne Mille... Leute, ohne Mille werden wir komplett lost. Um das nochmal klar zu sein. Oh, der Switch mit liken, glaube ich, ne? Oh, ne. Hä? Ich sagte, der ist nicht mit liken gespielt. Ich dachte, der muss mit liken, weil das gleiche... Gleiche Wert hat. Da lacht der Manuel. Ah, die sind ziemlich viele spawnen unterwegs. Aber ich glaube, das ist noch stärker. Oh, nice. Ey, die macht schon Spaß, die Ventures bilden. Also am Anfang, finde ich, macht die Spaß. Hier haben wir noch 10 Gold hoch. Paul ist zu faul. Ja, man. You are right. Das Master hier wäre jetzt noch ein Mippo. Ich glaube echt, ich mache es so, dass ich später mit Wizards... Dass ich jetzt auf Chiro attack... Ich muss auf Chiro warten. Ich muss auf jeden Fall ein Chiro ziehen. Weil die Max kommen auch nicht gut genug, dass ich jetzt sage, ich gehe auf Max von Anfang an. Weil wenn wir das uns hier anschauen... Vielleicht lösche ich die sogar noch mal alle. Nachher dann hoffe ich auf einen Chiro und dann... Mach ich nochmal irgendwie einen Switch... Auf Max... Mit drei Wizards mit Chiro und dann irgendwelchen starken Units oder so. Hey, John, Servus. Moin Moin. Äh... Ventures spirit, kannst du das reißen alleine schaffst du das? Du hast hier... Ja, und du blockierst ihn auch nochmal gleich. Komm. Der hat das Shield noch, Alter. Der war halt Dauer am Shield. Die Leute mit ihren Paulis am flexen. Paulis sind auch einfach zu krass. Erstmal was kochen und streamen, liebe Nice. Und die Liebe geht dann noch Theodor raus. Me Lord. Ich würde so gerne die Streak halten, aber jetzt... Man, man könnte es halt auch ein Level, um die Streak zu halten. Dann werde ich wieder... ...gehatet. My arrow pierces the wind. Dann verteilten wir sie auch so. Kurze Stelle 2 hat auch noch 89%. Genenisch meine Aufstellung zumindest mit dem Ex nicht schlecht. Das Ex ein bisschen was weg macht. Bleib einmal raus. Okay. Zwei gegen zwei. Weil der wird zweier. Ich tue aber nochmal ein Spawn machen und habe den Ding einmal rausgehauen. Er hat aber die Kritzen noch. Ich habe aber den Bonus auf den zwei drauf. Nein, nur auf ihm habe ich Bonus, oder? Nicht mal auf ihm. Das reicht ja. Perfektamente. Perfektamente. Warte. Me gusto. Me gusto. Me gusto. Die Marni sind an der Deal willkommen. So, Game. Was willst du mir mit diesem Roll sagen? Dass ich auf Beast switchen soll. Wir machen das jetzt so laut, Theodor. Wir nehmen die ja nochmal raus. Die drei Maxels gehen auf 40 Gold dann nach der Runde. Das ist ein Deal. Und dann gucken wir, dass wir uns später irgendwie mit dem Early Chiro drop... Chiro drop der junge Chirocopter. Dass wir uns danach nochmal Max aufbauen, okay? Das heißt, also nicht Early Chirocopter, sondern wir gehen halt Level 9. Wir gehen halt irgendwie Level, versuchen stark zu bleiben mit den Huntern, mit Leveln. Und stellen dann nachher irgendwie Wizards noch. Wird schwierig, aber wir können mal gucken, ob wir das... Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Irgendwie muss das schon funktionieren. Irgendwie immer, wenn ich Max spielen will, dann kommen sie echt schlecht. Lotteodor kommt gar nicht mehr zu. Er hätte einfach die Forstenschein gegangen. Würde ich ja feiern, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Fände ich ja irgendwie witzig. Warte mal, du sollst eigentlich ein Safer stehen. Wir könnten sogar Sniper hochpushen, um nochmal stärker zu werden. Ja komm. Nutzen wir einfach das. Nutzen unsere Streaks, solange es geht. Ich auch, sagt er. Und Chiron hat auch noch Liebe bekommen, aber da gucken wir nebenher beim Kochen zu. Deswegen bekommt ihr das gar nicht mit. Chiron, der Undankbare, ey. Bekommt Liebe vom Arnis, dann bedankt sich nicht mal. Ja. Ja, und hier oder... Also wie gesagt, also Max... Ich meine, es kam mir ein paar an, aber nichts, was man spielen hätte. Kommt mich, Level 2, Max hätte ich mal einfach an Max probiert, aber... Ich habe halt nicht mal einen einzigen Boom Master gesehen. Wir könnten nochmal einen Boom Master gleich random stellen und trotzdem hoffen, ne. Dass sie vielleicht einen Chiron-Dock bekommen, einfach Lucky. Aber wir haben natürlich so viele Sachen inzwischen drauf, dass es unwahrscheinlich ist. Jo, ich wurde geforced. Aber ich wurde davon gefragt, ob man mich forcen darf. Also... Ich war heute schon ein bisschen tildig, deswegen fragst du wahrscheinlich, oder? Man, die Runde läuft echt gut, muss ich sagen. Das ist einfach mit der richtigen Einstellung. Wir haben drei Pärchen sogar auf der Bank stehen. Kommt, das nervt mich so an MangoFrog. Wenn man ganz normal ranzoomt beim MangoFrog, dann sieht man einfach seinen Bauch. Wieso wird er auf seinen Bauch gesoomen? Wieso ist ein Zoom nicht auf sein Gesicht? Wenn ich auf andere Units zoome, zum Beispiel jetzt mal auf den Chuck, ne. Und dann nachhin geht dann das ganze Ding, das ganze Chuck. Und dann auch bei Ankurieren funktioniert. Nur bei der MangoFrog funktioniert. Weil der so einen riesigen Kopf hat. Der so Kopf wie ich. Ich habe echt voll die große Birne. Ich glaube, das sieht man gar nicht in den Videos so. Schauen wir mal Chuck für Kohle raus. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was dismissen wir, um dann die Lashies zu bekommen später? Was könnte man denn dismissen? Wir können einfach Hask and Troth wieder dismissen. Oh, hier werden jetzt die Punkte. Jetzt können wir wieder anfangen, schon die Boys zu sammeln. Die zwei nach auf zwei plus ein Chirocopter. Das wäre eigentlich so der Dream. Weil das sind die zwei stärksten, würde ich fast sagen. Den können wir nicht spielen, Meepo. Weil der gute Meepo selber Kobold ist. Und die Schienzer mit Wizards. Hallo Fit-Echse, Tacho. Schau doch mal auf einen Tacho. Ich würde sagen, wir machen direkt einen Troll dismiss. Wobei wir können jetzt auch schon Troll dismiss machen. Dann bekommen wir in der nächsten Runde vielleicht bessere Rolls. Dann tun wir einmal das Gold. Dann tun wir auf das Gold verzichten. Und wir nehmen einen Legendary raus, um nachher Chiro zu ziehen. Das sind alles Level 1 und 2. Mit Trolls haben wir Level 1 und 2 ganz gut rausgenommen. Wie war der normale Universaldismus natürlich gewesen. Das coole ist, Vengeful Spill gibt mir sogar Undead-Buff. Da denke ich jetzt erst drüber nach. Die gibt mir ja sogar den Undead-Buff. Wir spielen eigentlich alle Mechs hier gerade. Darf ich mal ganz gut gucken? Ne, nur einer. Okay, wir haben auch beiden Pferden auch gegen ihn gespielt. Ich dachte gerade, ich sehe überall Mechs nur. Komm, jetzt gönnt er Roll direkt dafür. Ach Leute, das ist einfach die gute Laune. Das ist einfach die gute Laune, die mir ja weiterhilft, die Runden gut zu ziehen. Winning-Streak zu halten, Level zu gehen. Ne, Beta, das ist keine Hunter-Runde. Das ist eine Mech-Runde. Das sieht vielleicht nicht so aus. Hallo, Beta. Das sieht vielleicht nicht nach einer Mech-Runde aus, aber das ist eine Mech-Runde. Aber die Hunter wollen es halt einfach. Ach man, ich werde immer kritisiert für meine Hunter. Ich kann nichts dafür. Momentan, ich will momentan nicht mehr Hunter spielen, aber die kommen einfach. Die Hunter kommen halt im Moment einfach. Was soll ich machen? Mech-Runde. Mech, Entschuldigung. Darf ich nicht Mech sagen? Alter, ich werde auch manchmal irgendwie... Ihr seid alle am Dissen. Warum warst du heute Tilted? Ähm, es lief heute nicht so gut schon. Sagen wir es mal so, die Runden heute lief ein bisschen schlecht. Ich bin wieder auf Night 9 gedroppt. Zwischenzeitlich. An der Night 9 wurde mich wieder einmal geabringt worden, allerdings. Dann wurde ich von Leuten gedisst, weil ich Hunter gespielt habe. Obwohl nichts anderes kam. Beta disst mich auch schon wieder. Abort in der Runde. Stellt mal zum Blue Master so auf richtig Lack rein. Setzt die Runde auf jeden Fall mal. Aber danach wäre es halt besser wenn wir irgendwas anderes stellen würden, sicherlich. und den hier will ich mal auf dies macht es umbauen ich werde echt nur gehasst ja heute kam halt auch nur hunter beta was soll ich sagen heute kamen nur hunter heute kam nichts anderes gut in der letzten runde habe ich aber zum beispiel auf dragons geswitcht da hatte ich eine dragon runde am schluss habe ich zweiter geworden ihr habt ihr glück gehabt dass ich keine 47 gold habe sonst wäre es wieder weg gewesen weil die kommen immer nur hunter pandaren direkt ein chairo bekommen das wäre mega chillig das wäre mega chillig ich überlege sogar fast ob wir dann auf techis und auf chairo warten sollen weil ich glaubt mit den zwei boys sind wir nicht stark genug so wie die anderen nur mages zocken ja mages habe ich aber auch lange zeit nur gezockt bei mages bin ich auch lange hängen geblieben gewesen muss ich auch wieder zugeben ich will echt ein bisschen mehr backlinen ich will meine backlinen auch safen backlinen und kens so wenn wir nachher die mac spielen war eigentlich am besten so was für die ganze lösche so ein blink der gar am besten kann man mit dem blink der jetzt schon irgendwas anfangen könnte nur den vengeful spirit geben das wäre gar nicht so dumm geben wir ihn dann tun wir doch nicht mehr ganz viel backlinen aber wenn er schnell jemanden stuntern die leute bleiben man handen trotzdem weg weil die man die zu ihm noch gehen er wurde gesagt dadurch um ein gott das war richtig schlecht sie hat den ex gesaved der war fast tot gewesen mirana mirana macht man die main weg kein sporn doch ich muss die ruhe noch nicht spielen beta ich muss also weil wegen die wichtigste vielleicht sicher doch alles weil schon geforst also der plan was der plädt muss mindestens versuchen auf max zu gehen haben wir mal so das heißt doch ich brauche dich gar nicht ich habe dafür bezahlt ja stimmt aber ich bin ehrlich wenn ich nicht geforst werden will ich kann nicht reden nämlich keiner geforscht hätte wird jetzt einfach andere durchziehen obwohl ich auch vor allem alleine gerne max gespielt hätte mit dem was es gibt aber der mit dem schaue job ich hatte jetzt ich werde nicht mal wenigstens weg dann gehe ich lieber um die post schon mit obern dazu kommt immer stelle in obermatch aber die post natürlich immer böse ein schade statt schon mal ist das verstärker war ich glaube ich stelle auf den als ob ich jetzt einen guten job bekommen vom master ich glaube ich tue sogar den boomer wieder rausnehmen und lieber stark zu bleiben und dann hat eine technische entscheidung so ziehen zu können hallo wie sie guten tag wie sie auch am start freut mich schon wieder das freut mich schon wieder gehen auf jeden fall schon mal ein level machen ihn raus dann packe ich noch mal ein halber mehr dazu wir brauchen immer noch ein hunter jetzt können wir mal kurz zwischen rollen auf noch mal einen hunter warten dass man die streak eher hält wenn wir das nächste hunter haben ist ja wahrscheinlich besser als jetzt weiter level zu gehen oder er hat übrigens die max gezogen er hat alles auf zwei aber unser team ist glaube ich tausendmal stärker wir sind zwei level über ihm unser schiff kommt raus der fünfte monat vielen vielen dank blut er geht raus hier in chat für diese leute vielen vielen dank der fünfte monat auch schon krass voll nice wie viel auch einfach jetzt schon fünf morde seitdem es haben geht schon sagen was ist der 65 morde seitdem ich quasi findet bin und sowohl leute die ziehen durch die sagen jeden mord neu rein das freut mich wirklich ihre gebührt mal kurz ein zwei rolls man kommt dass wir irgendwie den level 4 hunter dabei haben schon hoch gepusht angulier dass der chairo leute mal kurz den hier machen wir haben den chairo gezogen wir haben den chairo gezogen wir müssen es aber schlau machen wir müssen schlau machen wir können es nicht direkt zwischen wenn wir jetzt recken zwischen machen bereuen wir es weil wir werden nicht stark genug sein wir müssen gucken wie wir zwischen und weiterhin trotzdem stark genug um die runden zu holen aber das ist schon mal sehr 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 gut dann können wir in chairo drei stellen statt statt der mensch für spirit haben wir noch dwarf wir spielen kunk auf jeden fall weiter tag ist im pool tag ist es theoretisch auch im pool ja im pool wer tag ist aber ob wir tag ist lag jetzt ist die andere frage natürlich noch mal ausnutzen wir haben keinen wizard im roll nein ich spiele auf jeden fall mit versatz mibu ich große 20 gold auch gucken ein bisschen dass die bücher das er hier muss ins team da kannst du raus dann können wir ihn blinken und für dwars wie stellen wir die dorf ich brauche ich dann eigentlich auch nicht müssen die dorf reinbringen müssen aber dafür müssen wir das herausstellen wir gehen level 9 erst noch dann stellen wir das dann tun wir ganz lange sparen tun auf chairo vielleicht sehen wir sogar tag ist bis dahin dann gucken wir mal wir stellen einfach auf level 9 stellen wir den extra haben die wenigstree kamen und kunker der gut rein ballert mit seinen holtern wo aus mit dabei am start das ist alles echt angenehm da müssen wir nur gucken bevor die anderen sterben was wir das bis dahin drauf bekommen ist ja die sache schau mal mächtig schaden mit ihm einfach schau mal gut gebrauchen weiter da jetzt noch im next wird aufbauen sich auch komplett los alter techies das spiel willst aber jetzt auch dann spielen wir es doch dann brauchen wir doch wieder wir haben 1 2 3 4 5 ok dann brauchen wir mipo nachher gleich wieder hauptsache die mipo löschen ja aber kann ich wissen dass es auf einmal technisch umrunde 8 nachdem der runde davor schairo kommt die ecke kommt das konnte ich jetzt aber auch nicht wissen mipo bekomme ich schon wieder da mache ich mir weniger sorgen der mipo kommt schon noch bzw kommt schon wieder ich gehe trotzdem level 8 erst geben wir level 8 erst 6 max plus ex könnten wir spielen 6 war ja doch schon cool dann können wir noch punker mitnehmen und die zwei orcs einfach hallo steve moin moin nonbeliever wir müssen das ganze handelzeug dann gleich löschen aber mit den handern können wir bis rund 25 noch gut durch holen chen ding auch wir machen das schon keine sorge also teo deine punkte sind nicht verschwendet wir machen schon noch die max hier gleich hey lol der alter der fliegt auf dem blatt auf so ein lotusblatt und wie heißen die wetter ist das in der lotusblüte und blatt besser gesagt der will acht chelter meint neun ja ich meine habe ich acht gesagt ich meine natürlich neun vollkommen richtig mehrmals mehrmals eines anderes ich kann nicht glauben dass ich schon auf level acht bin ich kann sagen ich glauben gut ist wieder gefährlich dass man registriert gegen so einen guten freund weil man natürlich aber lieber ein ständige mann wir aufbauen statt den ex schell macht natürlich mehr sinn forse spawn wo snap fire für goblins noch 1,2,3,4,5 Goblins Streamer Luck Ich habe alle 3 Goblin-Megg-Teile gezogen Das stimmt schon Also 5 Goblins habe ich Das heißt noch einen Alchemist rein Also Alchemist noch dazu Dann kann ich doch die Orks nicht spielen Mit der Kombi theoretisch Könnte ich aber Kunker trotzdem weiterhin spielen Dann hätte ich 6 Goblins 2 Mags nochmal random stehen Und dann nochmal den Kunker Damit der nochmal sich blinkt und hier das Zeug macht Ich werde mich viel schwächer machen Das ist wohl vollkommen klar Ich werde doch echt nochmal warten Bis ich ein paar Level 3er vielleicht ziehen bekomme Vielleicht switche ich das auch nach und nach erstmal rein Wir können die 2 dann Anstatt 6er Hunter könnten wir halt Techies und Snapfire stellen Falls wir Platz brauchen Dann nehmen wir 6er Hunter einfach gleich raus Und wenn ich es erst auf Runde 30 stehen habe Egal Jetzt brauche ich nämlich die 2 Ich brauche Alchemist und ich brauche Tinker Das heißt ich bringe euch 2 Rhyne Ich weiß was lösche ich dafür Was kann man hier rausnehmen Wir müssen auf jeden Fall eh Hunter aufgeben Ich würde gerne Andert buff behalten Noch mal so Und Org buff Hier auf die Art Chen weg und draw auf der Bank Ne ich will draw Meine ganzen Fernkämpfer haben alle Bonus durch die Drone Und ich brauche ihn dafür und ich will ihn für Andert behalten Und Andert ist auch wiederum gut für meine Techies Für die Bombe Medusa war auch nur auf 1 Deswegen passt das Jetzt wird nur noch ein Meepo Dann habe ich mein Team voll Und dann brauche ich natürlich ein paar Level 2er Weil mit Level 1 dann wird es hier nichts Ich brauche noch eine draw auf der Bank Achso ja die draw will ich aber vielleicht auf 2 Level Hat man so wenn ich Hunter drauf lassen kann Das hat natürlich auch Sinn ergeben Auf jeden Fall Da hast du auch vollkommen recht Das wäre wahrscheinlich stärker gewesen Beta da hast du vollkommen recht Ich sag das immer ungern Gerade bei dir hast du recht Nein Spaß Ne alles gut Leute wie das aussieht hier Guckt euch das mal an Hier ist er und dann leckt der Dann ist er mit seiner Zunge hier meine ich Dahinter ist Shen und dahinter kommt ein Chirocopter Was eine Riege Ich hoffe wir holen das gegen die Teile Ja aber die draw ist noch nicht auf 2 Das meine ich halt Also die draw auf 2 Eine Zeit lang wäre nicht schlecht Und ich werde auch Andert Bonus behalten Ich meine ich habe natürlich eine Mirana gelöscht jetzt auch Ich ballern hier ordentlich draußen mit Wurfbrafen noch dazu Sniper ist am feiern Ja vielleicht lösche ich auch gleich wieder draw oder sowas Ich würde dann Visage löschen falls ich nochmal einen Platz brauche Das könnte jetzt ein bisschen stressig werden Wir könnten auch Orks rausnehmen zur Not Das ist natürlich auch eine Option 50 Gold Das rollen wir trotzdem mal schon mal ein bisschen Da ist nochmal Chiro Da ist nochmal Chiro Das ist hier gucken So dann haben wir schon mal 2 Max Hoch So stellen wir Chiro nochmal für irgendwas rein Wie wichtig ist der Andert Buff Andert ist ja nicht schlecht Wie wichtig ist der Ork Buff Wir könnten statt Ork Buff Könnten wir nochmal in 2. Chiro gleich schon mal reinpacken Er hat hier Dings was hat er denn hier stehen Er hat auch ordentlich gezogen Hä? Ach er hat bei dir Er hat da nicht gerade 2 Techies So bin ich dumm Ich habe auch gerade 2 Techies gesehen Auf seinem Feld Das wäre natürlich ein Träumchen Aber es reicht trotzdem Okay wir verlieren die Streak Dann müssen wir uns nicht mehr ganz so viel auf die Hunter achten Dann können wir gucken Dass wir gleich jetzt die Stellen Die Stücke ist jetzt eh weg Aber wir sind Level 9 Das ist gut Ich denke ich nicht mehr da drauf Da wäre die Draws Ach ich kann so immer so frisst Okay Habe ich Mipos übersehen Leute Ich hoffe es nicht Yo ich brauche Mipo noch Ist das richtig Ich hoffe ich habe nicht übersehen Wäre aber auch wieder eine Sache Die sicherlich möglich wäre Dass ich Mipo übersehen habe Ne ne ok Dann bin ich glücklich Nochmal ein Chiro wäre auch ganz cool Dann hält mir gleich genug Stärke Mods loben Welcher Mod wurde gelobt? Okay da fängt jemand raus Der Mipo hat sich alle gezogen Ja das kann auch sein Genau Mipo war vor Genau den den ich gelöscht habe Oh da ist Mipo Okay Na man meint Wir haben 6er Max 6er Goblins Aber das ist das typische 6er Max 6er Goblins Problem dann Fürs Erste Aber keinen Stress Wir haben noch genug Zeit Für Auge Die hat mir gewonnen Okay also wir können auch Dinger holen Siege Wir können jetzt noch hier die Sachen hochleveln Mipo noch auf 2 vielleicht Nochmal den Icam ist auf 2 Ja Oger Ob wir Oger spielen War ich zu bezweifeln Aber das klingt mir jetzt ja nichts Zu löschen Wollen wir eh auf die Legis gehen So ist Das ist der Mipo mal noch Wahrscheinlich würde ich hier Dich in die Backlame Und du blinkst ja Dich hier hin Ich konnte es einmal weg tanken Wollen wir mal Vielleicht ein bisschen so ein Bait auch Nochmal Zeus Enigma Okay Wem gebe ich den hier Wir können gucken Das vielleicht Timbersäuer schafft Zu überleben Ja okay Oger werden es nicht Wir stehen da in der Nähe Weich noch Legendaries dazu Wir könnten den Nigma Over einen Chirocopter stellen Scheide das wir jetzt gegen die falschen Leute zocken Okay mit dem Nigma sollten wir die nächste Runde holen können Dann haben wir einen Golden Roll Ja das tut weh auf jeden Fall Den Blinky Blink Mateschaden bleibt auf dir Die können ruhig alle so dass es sich verteilt erschaffen Die Bombe geht hoffentlich raus Ich stelle dir mal Ja wobei da steht ganz gut Ja ich stelle mal so dass es auch die Bombe wirklich legen kann So die brauche ich nicht mehr So Game Können wir wenigstens das die schaffen In Golden Rolls So mit dem Nigma Hoffentlich wird der Nigma nicht weggekillt hätten Wenn er geblinkt wird Aber eigentlich sollten die Reit Zweites Stück gehen mindestens auf die Der könnte vielleicht auf den Nigma hinten gehen Er hat aber Oh der hat Heal Er hat auch einen Heal natürlich mit dabei Okay näher ist green Okay Nigma liegt drüber Okay wir bekommen einen Nigma Wir brauchen jetzt am besten Chirocopter und zwei Mal Techies Wir können aber auch noch ein Level gehen Das wird mir auch nicht vergessen Ich nehme nochmal einen Blinkdagger für Techies oder so dann gleich Die Golden Roll Gun Ja das ist auch gut Das ist auch okay Die Ignoriere ich die Techies ist eh der Damage Boy Äh Snapper ist eh der Damage Boy Da blinken wir Techies Links rechts gehen die Mage Typen Der ist rechts Warlock mitnimmt der ist OP Ja der ist schon stark Der Warlock auf jeden Fall Das ist schon richtig Warlock auf 3 wäre eine coole Sache Wenn wir es irgendwie noch hinbekommen Die Runde was zu reißen Er mit seinen doppelten Ich glaube wenn wir die Zwischenschnitte haben Das sieht gar nicht so bad aus Aber auch nicht so gut Komm Snapfire Alle weg Stark Okay das war wichtig Moin moin Dia dia Servus Ich würde noch ein Level gerne gehen Um den Zeugs noch reinzustellen Okay wir nehmen erst den Roll Come on Gut die theoretisch nachher beide Ich habe gehofft dass ich hier Techies nochmal ziehe irgendwie oder ein Chairo mal noch hochziehe Oder zwei Enigmas Würdet ihr Haa hier ist gut mit dem Techies Würdet ihr den In Zeugs 2 über Enigma stellen Egal wenn ich Omas nach auf 2 Jetzt würde ich den Enigma runternehmen Nochmal ein Zwischen einfach Dann sollten wir doch erstmal weiter die Rolls nehmen Lebt meine Bombe Meine Bombe liegt Den Enigma ist auch durch Wurde mein Maglid noch Okay dann müssen wir den nächsten Roll auch noch Willst du nochmal extra machen Ja wohl ein paar Runden geholt Also Lord Theodor Ich glaube du bist auf jeden Fall Zumindest einigermaßen zufrieden Dass wir Also wir haben die Mags draufgebracht Wir haben das gespielt Deswegen ich hoffe dass der Die Ding gut erfüllt ist Auch wenn es spät war Aber wir haben die Golden Rolls Ich denke besser konnten wir es nicht durchspielen Sieht gut Er schreibt Beta Ist doch auch nett So machen wir hier den Switch Dann nehme ich lieber eine schnelle Disruptor Brauchen wir den eigentlich den Dings Den Enigma Dann stellen wir lieber 2er Warlock dazu Nachher noch rein oder Ich verzichte auf den Enigma Tagis und Charo werden direkt hochgelevelt Dann gleich Ist auf jeden Fall erfüllt Okay das freut mich Dann kann ja schon nicht mal so viel schief gehen Aber dann auch so dass natürlich genau der Ding geblieben wird Die Bombe liegt hinten Das werdet er gegen Duit durch Charo kommt auch nochmal raus Okay gegen diese auf sein Feld Verkacken wir Dann bin ich ja froh dass auf meinem Feld Das anders aussieht Ich würde auf jeden Fall gerne noch Warlock reinbringen Ich würde eigentlich nur damit ich die 2 hochziehen kann Damit ich am meisten in den Streep gehe Ich will das Napfire Und wieder ein Disruptor Okay dann sparen wir es Dann gehen wir nach Runde Nach Runde 5,30 Und wir gehen sogar vor Runde 5,30 vielleicht ein Level Oder ich habe ein bisschen Schiss vor dem Drachen Meinte der Drache macht Ärger Meinte der macht Auge Der Tagis und Charo werden nice Die kommen jetzt ein bisschen an Lucky Also wir hatten ja schon 2 Stück was Lucky war Bei den Rolls kam fast gar nichts mehr an dem Leben leider Wir haben 3 Stück so gezogen glaube ich Und einen Tagis haben wir in einem Roll gehabt Die werden halt wichtig Aber so geht es mir immer wenn ich die spiele Uh da kann Disruptor halt richtig rausmachen Wenn Tagis und Disruptor rauskommen Das ist ein Art Nvg Disruptor und Tagis sind raus Okay dann kürtieren wir neben mir Das ist schuld Ich bin sicher dass ich mit dem Team keinen Stress gegen Drache haben sollte Weil man wäre eher Disruptor wichtig als Rollsverpusschen Jetzt habe ich auch schon 4 Stück Dann nehme ich einfach den Rolls hier gegen den Ball Damit sollten wir echt gut klarkommen Okay dann müssen wir ein bisschen splitten noch Müssen sie ja nicht komplett provozieren Oh so die 2 blicken ja eh Hat er noch Platz Natürlich Mit Warlock und ich mache jetzt noch Warlock 2 Buff Ja ich mache nach der Runde Ich füge mich rein und leveln komplett und stelle Warlock Ich würde auch lieber Nikmash statt Zeus mitnehmen Aber Zeus ist halt level 2 Ziemlich teure Bank herr Paradoxon Ja das stimmt Ich kann mir trotzdem den Roll Ist doch ein nettes Team War die richtige Entscheidung heute noch mal Zu streamen Hauptsache Chairo Den einen sich den ich 2 Chairo habe ich 2 mal ohne Rolls Mein ich gezogen Wenn ich nicht ganz falsch liege Und der steht einfach noch auf level 1 Max, Vax, Zeugs etc. rein Ja ich weiß noch nicht Ich bin schon so stark Ich habe die Goblins auch damit jetzt Ich würde es gar nicht auch kaputt machen Und danach auf einmal Runden verlieren Also wenn alles noch auf 2 Würde ich vielleicht nochmal switchen Und auf den Cleaners Legendary Team wieder Aber wenn ich jetzt so damit gewinnen Mit der Runde bin ich auch komplett zufrieden Wenn ich so den Sieg hol Wenn ich so den Sieg hol Dann bin ich damit zufrieden Ja ich bin zufrieden Wenn die Runde da vorbei ist Also es ist für mich vollkommen okay Hauptsache ich habe den Ming geholt Ich hatte die Max Ja ich hätte gar nicht mehr Ich hätte noch den zweiten Disruptor hinbekommen Jetzt gerade Ja ich bin zufrieden Nice Runde GG Nicht mal ein Uprank Was eine Frechheit Ne aber eine coole Runde Wirklich Nice das Napfeil Mit 3x Crystal Jetzt am Schluss noch Warlock Ein paar Legendaries auf 2 gesehen Cool Nicer Forst Danke für den Forst auch nochmal Ciao Tschüss Tschüss Psische JesPA Ja Ich Was bet